Träume ich etwa? Weiß ich nicht, frag mich was besseres. Ey, was ist das denn? Ophium Dämonen Anker Indem du Ophium Peitsche auswirfst, kannst du Gegner oder Gegenstände ergreifen und sie zu Dante hinziehen. Nett. Ah, warte. Ah. Das gefällt mir auch Dante. Das heißt, damit könnte ich Gegner an mich ranziehen. Sehr praktisch. So. Komm Gegner, ich möchte das ein bisschen ausprobieren. Okay, die Frage ist jetzt... Ah, da oben. Ich dachte schon wo lang. Wow, 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 wow. Hm. Gegner? Ja. Komm zu, Daddy. Nimm das. Oh, das... Man sieht schon, langsam werden die Kombos viel besser. Hey, 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 komm mal her. Du da. Friss das. Jetzt mag ich die Viecher. Tote Viecher sind immer gute Viecher. Wie gesagt, Stage Locations mag ich. Da hat Ninja Fury wirklich viel Arbeit reingesteckt. Und das muss man auch irgendwie huldigen. Sieht ziemlich geil aus. Ah, ich glaube, das muss ich kaputt hauen. Der Ring ist ab. Wir gehen nach außen. Guck mich nicht so an. Was habe ich denn gemacht? Ach so, so eine Art Flashback oder was? Ein Döner. Hahaha. Ich höre jemanden schreien. Vielleicht unten. Was ist das? Kann ich das kaputt machen? Das sieht so aus, als könnte ich das kaputt machen. Ja, warte, warte. Nochmal. Nein, scheinbar nicht. Aber wir können die Tür hier aufmachen. Und uns ein weiteres Bruchstück holen. Was muss ich diesmal machen? Töte alle Gegner innerhalb der Zeit. Klingt gut. Ah, warte doch mal. Was ich gut finde, ist, dass, wenn man die Mission startet, dass man Leben, volles Leben wieder hat. Woppa, woppa. Nichts da, Leute. Okay. Oh yeah. Nein. Nein. Na, warte, du. Na, warte. Das hast du dir so gedacht, was? Zwei, drei, vier. Oh, das tat weh. Ich muss mich beeilen. Vier. Ja. Oh mein Gott, das war so knapp. Drei Sekunden. Man sieht, ich habe gerade nur Faxen gemacht. Und wenn man Faxen macht. Yeah. Und dann das nächste Bruchstück. Nur noch zwei. Dann haben wir ein Balken voll. Sehr gut. Ich dachte, das schaffe ich schon nicht. Moment. Alles klar. Vielleicht hier, vielleicht. Ich weiß nicht. Das ist so. Nein. Scheinbar kann ich damit nichts machen. Ich dachte, vielleicht würde ich mich irgendwie so durchbashen. Alles klar. Bruch mit dir. Ja. Ja. Den da auch. Oho. Immer mit der Ruhe, Dante. Zack. Äh, wo lang? Kann ich von da? Nein, warte mal. Oh, da ist ein Spin. Spin, 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 spin. Ohne euch spinnen gehe ich nirgendwo hin. Okay, mehr gibt es ja leider nicht. Greiferarm. Greiferarm. Unser Arsenal wird immer größer und größer. Wow. Wow. Schönes Zuhause. Stop him. Oh no. Geschützter Barthos. Oh. Ah, die muss ich jetzt zweimal greifen. Warte du. Oh, der ist runtergefallen. Und tschüss. Ey, du da. Komm mal zu Daddy. Ohoho. Ohoho. Nein, nein. Komm schon. Wie konnten sie uns finden? Die Stimme kenne ich. Ich glaube, das ist seine Mutter. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Kann ich das vielleicht kaputt machen? Nein. Das wäre viel zu cool. Und zack. So, kann ich vielleicht mir... Oh ja, ich könnte was. Verbessern wieder. So, was könnten wir hier zum Beispiel machen? Dreifachschnitter. Hm. Ich weiß nicht. Ich stehe auf Rebellion aus irgendeinem Grund. Ich werde den, glaube ich, ein bisschen voll machen. Tausend sich. Das ist tausendstich. Oh, das hat Style. Das hat Swag. Das kaufen wir uns. Einmal zur Probe. Ohohoho. Das sieht cool aus. Und das werden wir gleich an lebenden Objekt ausprobieren. So, hier scheinbar nichts. Hm. Oh. Ich glaube, das ist seine Mutter. Ja, doch. Ist das? Mutter? Eva. Stand da drauf. Und deine Heizkette. Ich habe dich lieb, Dante. Scheiß dem. Agree, Dante. Agree. Tausendsichler. Los. Zadadadadadadadadadadada. Ja. Wow. Das geht ab. Komm doch her. Hm? Komm zu Daddy. Komm zu Daddy, habe ich gesagt. Ich habe gesagt, komm zu Daddy. Nein. Na warte, du. Ich hab gesagt, komm zu Daddy. Oh yeah. Eins, zwei, drei. Oh, da scheint ihn nichts anzuhaben. Na warte. Oh mein Gott. Nerv mich doch nicht. Was ist das? Kriegen wir jetzt was an? Noch eine Waffe? Oh, das wär geil. Tatsache, noch eine Waffe. Geil. Ne Sichel. Yeah. Osiris, ein Engelsense, die sehr gut dazu geeignet ist, große Gegnergruppen aus dem Weg zu räumen. Oh, da ist sie ja schon. Oh ja. Wow, wow, wow. Für große Gegnergruppen, ja, perfekt. Na warte, dude. Ist der steck... Habt ihr das gesehen, Leute? Der ist gerade steckengeblieben. Das gefällt mir. Die Waffe liebe ich jetzt schon. Jawohl. So. Jetzt kriegt doch unsere Kombos ein bisschen mehr Schwung. Findet ihr nicht? Die Sense ist aber ziemlich geil. Cool. Ah, okay. Alles klar, wer immer doch bist. Diesen schwerhörig, Madame, das funktioniert so nicht. Wow. Ach, die ist da durchgegangen. Da muss ich wieder lang. Da ist nichts mehr, oder? Ich sehe da nichts.